Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Assassin's Creed 4 Black Flag und wir sind in Kingston. Ich bin schon mal hergesegelt, damit wir mit der blöden Hauptmission weitermachen können. Äh, auf die... Äh, hier gibt's eine Templerjagd. Nein, 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 nein. Äh, äh. Werde ich jetzt die Templerjagd machen? Die wird mir nicht gefallen, oder? Der Maroon-Assistent. Ja, machen wir halt erstmal die schöne Kacke hier. Ich liebe Templerjagden. Die sind immer so toll. Da passiert immer nie was Blödes. Was? Willst du ein paar auf die Glocke? Wenn ja, dann red ruhig weiter. Jetzt hätte ich fast Connor gesagt. Typ, das ist nicht unauffällig. Ach, Kenway! Oh, 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 oh. Runter, runter. Ich bin nicht da. Oh. Ich bin nicht da, du siehst mich nicht. Kannst du mal aufhören, mich zu sehen? Ja. Hey, du komischer Heini. Hi. Was wollt ihr von mir, Engländer? Edward Kenway. Ich kam, um euch zu warnen. Ich bin Valisa. Für mich seht ihr alle gleich aus. Wozu brauche ich eine Warnung? Mein Leben besteht aus Gefahr. Daran bin womöglich ich schuld. Äh. Dann schuldet ihr mir was. Oh, nein. Wie der Zufall will, brauche ich jemanden, der ein paar meiner Freunde befreit. Oh, wie toll. Meint ihr? Brüder. Krieger. Die Hoffnung der Maroon. Klingt nicht, als würde es mich was angehen. Maroon 65 oder was? Wie hieß der? Ach, keine Ahnung. Ich möchte nur, dass ihr euch unter eure Landsleute mischt. Sucht Hinweise, wo man meine Freunde festhält. Fein. Ich sehe, was ich tun kann. Du fragst da gerade Kenway. Senior. Entschuldigung. Die Wachen belauschen. Wo sind die denn? Punktel, Punktel, Punktel. Ach, da hinten. Hallo, ihr blöde Idioten. Gibt es hier ein paar Frauen, die für Geld spazieren gehen? Ich meine ja nur. Könnte ich... Ah, da vorne. Ihr da. Kommt mal mit. Ich brauche ein paar Frauen, die für Geld spazieren gehen. Ich muss ein paar Idioten belauschen. Macht mal hin, ne? Dummtussen. Das erregt keine Aufmerksamkeit, wenn ich mit vier Tusten hier rumrenne, oder? Nein, gar nicht. Voll unauffällig. Und dann entließ er mich. Ohne Sollt. Wegen Trunkenheit. Wann geht es denn? Nein. Ich musste den Mann nur noch Norden eskortieren. Nein, Süden. Nein, Norden. Ganz sicher Norden. In Richtung Lagerhaus. Fimmt, das Lagerhaus. Jedenfalls ist er ein Sklave. Er ist ein Bußeisen. Der entkommt uns also ohnehin nicht. Ich bin unaufwällig. Hi. Trinken wir noch einen und denken voran. Gibt es da einen aus? Ich bin arbeitslos. Das wundert mich nicht. Bei eurer Blödheit. Was für eine Unterhaltung. Wo? Okay. Tusten. Jetzt geht es in die andere Lichter. Hab. Wo seid ihr denn? Gebt mal ein bisschen Hackengas. Nämlich nur Sinis. Ich weiß es nicht, um ein Exempel zu statuieren oder so. Was hat er denn getan? Muss er denn etwas getan haben? Manchmal braucht man einfach ein abschreckendes Beispiel. Das ist mein wahres Fall. Oh, ganz die blöd. Ihr bleibt ein abschreckendes Beispiel. Ihr seid Pipi-Gab eingefirbt worden durch den Adlerblick. Denkt mal drüber nach. Ich bin ganz unauffällig. Ignoriert mich einfach. Ich bin nur hier mit den Frauen, die viel Geld spazieren gehen, weil ich den Schiffsmädchen-Jungen nicht dabei haben kann. Läufst du mal? Heißt fangen jetzt? Okay, fangen heißt fangen. Ich dachte schon, fangen heißt ping. Du hast die Informationen, die ich brauche. Nein. Ich habe von euch gehört, Ass. Assassinen. Tu mir nichts. Ich will nur wissen, wo dieser Sklave ist. Das spricht mein Assassin aus, du Arsch. Drommel. Bitte. Lass mich leben. Mein Weib und meine Kinder. Dann komm schon. Raus damit. Ja, dann sag mir doch einfach, was ich hören will, Depp. Sucht bei der Windmühle. Windmühle. Na? War das so schwer? Idiot. Vielleicht kannte er das Wort Windmühle nicht. So, wo ist der Depp? Mit der Windmühle. Hier. Wir haben scheinbar so dumme Aufgaben. Let me go to the Windmühle. We know what's coming from now. Now we know what we plant people. Edward de Stöhne. Hier. Ah, da. Bam. Ey. Du. Wir sind bei der Windmühle. Es regnet. Ich weiß, wo seine Brüder sind. Helft mir, sie zu retten. Nein, Kumpel. Meine Schuld ist beglichen. Genau. Die Belange von Sklaven gehen mich nichts an. Ich bezweifle, dass ein Templer dahinter steckt. Die Assassinen gehen alle Belange der Freiheit an. Wie ist euer Preis? Was? Männer ohne Prinzipien sind meist nur auf Geld aus. Wie viel benötigt ihr? Ich suche einen Schlüssel. Gehört zu einem Satz, den ich den Templern stelle. Die Templer-Schlüssel? Ich dachte, die wurden zerstört. Dann bin ich nicht der Einzige, der von ihnen weiß. Wenn wir ihn finden, gehört er euch. Abgemacht. Wollen wir eure Freunde... Das Regen, was auf dem Boden sieht, etwas unnatürlich aus, wenn er mich fragt. Ich habe mal wieder einen Back entdeckt. Einen Regenback. Eskortiere den Idioten. Die Schenker und Huren, die ihr Freundinnen, könnten jetzt helfen. Huren? Das nennt man nicht. Du hast mich dazu gebracht, das böse Wort auszusprechen. Das nennt man Frauen, die für geht's spazieren gehen. Ihr da. Habe ich euch nicht gerade angehäuert, die Idioten? Leicht für ein ganzes Fasten. Gehst du unter. Ich meine, ich hätte auch über den Zaun kraxeln können. Oh, Engländer-Schlüssel. So. Hätten wir das geklärt. Was bist du denn für ein Pups-Assessin? Nein. Hab ihr wieder gestillt. So, macht mal das. Weg mit denen. Aha. Okay, der ist über den Zaun gesprungen. Toll. Jetzt müssen wir in die andere Richtung. Dahinten, da. Dahinten, hinten, hinten. Wir könnten das aber auf meine Art machen. Ich verstecke mich. Und du machst keine Scheiß. Wo rennt denn der jetzt wieder hin? Hier in dem Spiel geht es nur dumme Assassins. Da bleibt ein ja nichts anderes übrig, als zu stöhnen ohne Scheiß. So steh ich ja von unter anderem rumstöhnen. Echt war das genervt, wenn ich sie... Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. What the Ports? I don't understand. Befreien. Da, 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 da. Du, 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 du. Ich reiß dir das Ding an. Nein, nein, das ist unhöflich. Man reißt niemanden irgendwas raus. Und wenn ihr wieder mit Gegröse rumgegröseet, dann muss ich euch leider sagen, dass ihr dumm seid. Das ist anonyme. Du bist frei. Endlich. Geh zum Büro. Äh, äh, ja. Und dein Mitarbeiter ist sehr nett, hat dich gerade volle Knäcke gegen die Wand geschubst. Also ich bin echt fasziniert. Typ. Assassin. Imitat. 2.0. Das sieht schon toll aus mit diesem Berg und so. Ich bin völlig unauffällig. Geht in Position. Gebt euer Bestand. Ja, macht mal hier. Spielt mal ein bisschen. Fummel, fummel. Rauschen. Rauschen. Du bist frei. Danke. Trefft mich in meinem Büro. Ups. Hallo, ich wollte noch mal mit dem Zaun klettern. Wohin als nächstes. Das muss reichen für eine Nacht. Oder findet ihr Geschmack daran? Das war's? Kein Templer? Was ist mit dem Schlüssel? Der Templer hat sich nicht gezeigt. Ihr bekommt den Schlüssel nächstes Mal. Nein, Anto. Es gibt kein nächstes Mal. Wenn ihr euer Gewissen entdeckt oder zugebt, wie sehr ihr den Schlüssel wollt, gibt es ein nächstes Mal. Ein Gewissen? Der hat wahrscheinlich irgendwo, hat er vielleicht ein Gewissen, ja. Aber da wäre ich mir nicht so sicher. Deswegen hasse ich Templerjagd. Wenn man da immer ewig rumpupsen muss. Von A nach B. Ich würde wahrscheinlich einfach die Laufwege ein bisschen rausschnümmeln. Weil es, ups, immer das Gleiche ist. Und das, glaube ich, unspektakulär ist. Wenn man die ganze Zeit nur sieht, wie man hier rumläuft. Und ab und zu an die Wand dranläuft und dann nicht mehr runterkommt. Ja. Wieso müssten die auch immer die Mission so blöd machen? Du, ich bin schon wieder da. Ich schon, der nicht. Was hast du da für eine Tischdecke eigentlich umgewickelt? Geduld ist eine Tugend. Ich glaube, die besitze ich nicht. Erwartet ihr jemanden? Ihr bekommt den Schlüssel früher als gedacht. Helft uns, das Büro zu verteidigen. Die befreiten Männer helfen auch. Ja, super. Die haben nicht mal eine... eine Waffe. Ja, nee. Da sind ja nur 20, die jetzt kommen, ne? Uhu. Du bist tot. Nein. Nein, 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 nein. Au. Arsch. Unhöflicher Typ. Das ist nicht höflich. Mir in den Arsch zu piekst. Hörst du auf. Der Mann kann sich ja nicht mal wehren. Der hat nur ein Käsemester. Ich kann mal ein bisschen Mitleid. Ach. Es ist zu ruhig. Das ist verdächtig. Es werden noch mehr kommen. Dezimiert sie vor dem nächsten Angreif. Korrekt. Ja, ja. Vorred. Nein, 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 nein. Hier wird niemand von hinten gestocht, der Herr. Verstanden? Ah, scheiße. Habt ihr ja was gemacht? Habt ihr natürlich nicht, ne? Schlitz. Ich hab nur drei ungenockt. Wegen den drei wärt ihr jetzt... Kannst du mal aufhören hier? Ich spreche da und deine Dinge verteidigen. Erledigt so viele wie ihr könnt vor der nächsten Welle. Erledigt, Idioten. Doppelmob. Tot, meine ich. Nein. So nicht. Wir kommen schon. Ich meine, ich komme. Ich erscheine. Ich bin schon da. Ich bin gegen die Wand gelaufen. Hui. Ich hab den Schnösel umgenockt. Den nächsten Schnösel umgenockt. Und nochmal. Weiter lebt noch. Was erzählst du mir hier von Zeug? Kusch, nie. Noni. Geh ich nicht. Er hat mal was dazugelernt. Halleluja. Oh Gott. Wieso kann ich den Plan nicht einfach selber schmieden? Weil wenn du oder Edward das machen, dann funktioniert das eh nicht. Dann heißt das nun wieder, geh mal ins Gebüsch, mach mal bla und mach mal blub und dann dreh dich fünfmal im Kreis und dann kriegst du einen Erfolg. Da bin ich immer voll dagegen. Edward, kannst du einfach mal bitte normal an einem Zaun vorbeigehen? Da muss irgendwo eine Arschdrühe sein. Oh. Oh nein. Was treibt der für ein Problem? Ach, die da oben sind das! Ihr seid wohl ein bisschen doof. Die hellsten sind sie nicht. Kommt der jetzt rüber? Na, was ist mit euch zwei? Guckt nicht so. Die sind umgefallen. Die hatten Cola da. Das kommt doch von, wenn man kein Obst isst. Ja, dann fällt man einfach um. Kann schon mal passieren. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte, genau, ich wollte eigentlich die Assassin-Kacke da markieren. Ich hab mich ja schon wieder ganz verwirrt mit eurem Schmist. Schmist. Schmist, ja. Sklavenhändler sind sowieso kotzig. Also von daher haben die es verdient, wenn sie in den Arsch getreten werden. Ist gar kein Thema. Ich hoffe nur nicht, dass ich diesen Adler-Rara-Chakapum oder wie der heißt, da verteidigen muss, weil der stirbt ja immer gleich. Das war jetzt. I'm a countryman. Hi. Ich habe einen Plan, doch er wird nicht einfahren. Wir gehen einen eintrinken. Abraham hat beste Verbindungen und tiefe Taschen. Aha. Aber wir kennen einen Mann aus seinem innersten Kreis. Wir verfolgen ihn, bis er uns zu unserem Ziel führt. Ich dachte schon, dass ich eine scheiß Aufgabe kriege. Da kommt er schon. Oh ja, willkommen mit euch. Was hier aber auch schon so langsam geht. Macht mal hin, ey. Dumm Tussen. Oh, schön. Oh, schön. Wahrscheinlich. Irgendwie tun sie das immer. Aber diesmal ist es uns egal. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Ihr seid so lustig. Irgendeiner mit der Karpel sind. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich dem Fest beiwohne. Ich ebenfalls. Wir sehen euch dort. Ja, geht mal schön kacken. Oh, der andere rennt da oben rechts rum. Habt ihr das gesehen? Hier, beachte mal den türkisen Bubbel. Der macht das stylischer. Und ich renne hier mit den Frauen. Ich bin geht spazieren gehen herum. Oh na, dürfte Commander heute auch teilnehmen? Ja, ich sprach gerade mit ihm. Er ist hier irgendwo. Der Kerl war die ganze Zeit unter unserer Nase. Der ist aufgeweckt. Ihr wisst, was zu tun ist. Immer werden wir sein Land erobern. Hohoho! Mein Vater kämpft sich mit Wilhelm Adam. Einer der nächsten, hier zu überleben. Dieser Kurt. Der Eck Congressman hat es schon tief. Ich bucke auf ihn. Und auf deine Brüder. Aber unser Krieg wird anders. Hier ist niemand Das ist eine scheiß Alarmglocke Nein, 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 nein Los Jawoll Haha Wie blöd sind die denn? Ich hab nicht mal gemerkt, dass ich Naja Das echte Ziel am Spüren Was ist denn der Arsch? Ah Töte den Spack Ich kann auch den Typen einfach dazu bringen, dass er sich selbst umbringt, oder? Wann ja nur, ich laufe jetzt einfach ein bisschen Amok laufen Wen hat der jetzt gerade geschlagen? Haha So funktioniert das auch Hochglänzend, ja Voll scheiße Ich hab nicht mal gecheckt, dass ich da im Gebüsch mit einem gekämpft hab, hier Deppen Manch fehlt die Überzeugung zum Sieg Satz mit X Das war wohl nix, Monsieur Ich hab dir einen Pfeil in den Arsch geschossen und du hast verloren Huuu Was, ein Noob Ha, haha Oh, Dreck Was ist der Twin? Guck mal an und nehmen wir Fällt ja gar nicht auf, ne, dass da so ein paar Leichen rumliegen Ich bin aus dem Zieleinkommen Juhu Erfolg freigeschalten, Geschäft und Vergnügen Okay Juhu Tast 500 Jetzt hab ich wieder einen Schlüssel mehr, dann kann ich irgendwann dieses komische Outfit anziehen Maybe Ja Hauptmission Der Handlungsreisen Das klingt schon wieder nach kurzem Was uns da noch so erfahrt, jetzt sehen wir dann im nächsten Part Bis dahin, ciao, ciao